so hallo und herzlich willkommen zurück einen wunderschönen guten morgen die weg jetzt noch jemand wie gesagt eine neue gede sucht hier gumm sucht wir sind bei gumm künikreif 24 wer mitmachen will gerne ihr seid alle herzlich eingeladen das machen wir hier unsere begrüßte herausforderung aber langsam wenn der schnupft wieder besser ach guck mal ich kann mich daran erinnern wir müssen erst immer dieses dämliche fichte los werden wie war denn das warte mal zu vergessen wird durchzulesen scheiße 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 nicht schnell da genau das ist diese siepferdchen loswerden sonst wird es nämlich nichts sonst wird das nämlich nichts weil es diese kanone weiß er nicht was ich genau mir noch mal bringen soll die leute vergessen so ein scheiß drin eieieieiei ne das wird ja jetzt wieder sehr spannend das ist das Ding da hinten laufen aufs dann läuft sonst muss ich mir dann schnell die beschreibung durchlesen nicht wenn man jetzt hat es gerade dann nochmal ist dann weil du fliegst jetzt hoffentlich weg ja genau geht doch so scheiße dass ich es nicht einsetzen soll ich denn eieieiei immer so früh am morgen ne geile witziger dieses dämliche zielpferdchen zaubert die ganze zeit so ein scheißdreck daher ne ja ich bin ich kaputt eieieieiei ne ich sehe das wird nichts das wird nichts das wird nichts das ist doch blödsinn was ich da jetzt mache so jetzt halt gleich das muss bloß schnell mal hier der ganze schild von den blöden gehen heide witziger weg mit dem schild von dem ganzen gerachel hier alter dieses ding da regnet so auf ne das war jetzt wieder eine handelsstücke arbeit vielleicht jetzt wieder vergessen wie das genau funktioniert in dem fall müssen wir das hiepferchen zuerst loswerden nochmal kurz hier lesen ne ja hier dass die teamkollegen geschützt die schilder zerstören naja genau damit kann man die schilder stimmein gott wenn ich nicht nicht wenn ich mir manchmal gibt aber wieder vielen dank das reinschauen zuschauen bis morgen habe ich lieb schau wieder schau wieder